Das hört sich so an, als hätten wir jetzt eine Hündin gegen einen Rüden, genauso wie die nächsten Halbfinale. So. Hat der Hunger? Ne, der liebt doch seine Besitzer. Achso, der liebt doch seine Besitzer. Ihr habt ja bestimmt eine Woche nicht gefüttert, dass er jetzt losläuft. So, auf geht's. Ich darf nur mal vorstellen, bei der jungen Dame, das ist Luna bei den jungen Herren. Das ist Crash. Auf die Plätze, fertig, los! Luna, 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 oder wer war's? Luna ganz knapp gleich hinten vorne. Hier, Crash nach vorne. Okay, damit einen dicken Applaus, Crash im Finale.